Es war ein normaler Abend für Dan Saunders, einen Barkeeper aus Australien. Er beendete seine Schicht und beschloss mit seinem Freund Mark in die Stadt zu gehen. Sie gingen in eine Bar in der Innenstadt von Wangaratta, Wanguratu. Nach einigen Runden Getränken war es wieder an Dan zu zahlen, aber sein Geldbeutel war leer. Also ging er zum nächsten Geldautomaten, um etwas Bargeld zu holen. Er steckte seine Karte in einen Geldautomaten der National Australia Bank um elf Minuten nach Mitternacht. Dan wusste, dass er noch etwa drei Dollar auf seinem Sparkonto hatte und er war fast 2000 Dollar mit seiner Kreditkarte verschuldet. Er hatte auch ein Gemeinschaftskonto mit seiner Verlobten, aber das war keine Option, weil er dafür ihre Zustimmung benötigen würde. Also beschloss er, seine Kreditkarte zu versuchen, obwohl sie fast an ihrem Überziehungslimit war. Als Dan versuchte, den Kontostand zu überprüfen, erhielt er mehrmals die Nachricht, Saldo momentan nicht verfügbar.